We are not turn away now We are the warriors that built this town Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf WoWir Technik Heute habe ich nochmal eine kleine Erweiterung zum letzten Mal Letztes Mal hatten wir hier diese klitzekleine Apparatur vorgestellt Das ist eigentlich nur ein T-Flip-Flop, der mehrere Funktionen jetzt hat Da gibt es jetzt auch nochmal eine kleinere Version Ich habe jemanden gesehen, der uns kommentiert hat Und eine etwas kleinere Version geschickt hat Aber die hier finde ich so gut und die werden wir so behalten Etwas anders ist etwas, was mir schon länger im Kopf gewesen ist Und zwar ist das ein, ja wie soll man sagen, eigentlich ein Morse-System Hier verdeutlicht mit Binärzahlen Und zwar funktioniert ein Morse-System ja so Dass bestimmte Signallängen und Abstände Wörter ergeben Beziehungsweise, ja, im Endeffekt Wörter oder bestimmte Buchstaben und Zahlen Wurde halt früher viel im Militär benutzt Als es noch keine direkte Funkübertragung gab Das hat man dann immer so mit einem Piepen gehabt Das ist etwas anders und zwar überträgt dieses Ding eine 5-Bit-Zahl Also 1, 2, 4, 6, ja genau 1, 2, 4, 8, 16 Über eine einzige Leitung an eine andere Stelle Diese Leitung kann rein theoretisch beliebig lang sein Das ist völlig egal Denn, ja, das ist egal Das funktioniert mit, im Endeffekt mit Abständen Genau, also mit Abständen von Ticks Die ganze Apparatur besteht aus mehr oder weniger drei Teilen Wir haben hier einmal den Bereich des Sendens Von hier aus werden die Signale hier oben eingetragen Und über diese Leitung hier, hier ran gesendet Das hier ist die Aufnahmestelle, kann man so sagen Also diese Apparatur hier verwertet die Signale Und ordnet die zu, zu welchem Bit die jetzt gehören Und der Teil hier hinten, der ist einfach nur noch Speicherzelle Damit man das so schnell wie möglich hintereinander machen kann Das kann ich auch gleich nochmal zeigen Ganz einfach, das funktioniert so Wir haben unsere 4 Zahlen, äh 5 Zahlen Also 5 Bits, sag ich mal so Wir wollen, dass So, dann brauche ich das hier mal ganz kurz vor Dass eine solche Zahl mal wegen Oder, ja, also das wäre jetzt eine 1,0,0,0,1 Über eine einzige Leitung übertragen werden soll Im Endeffekt ist das gar nicht mal so schwer Denn, was wir hier benutzen, sind Tickverkürzer So Das sieht dann ungefähr so aus Irgendwie ruckelt es gerade so ein bisschen Sorry dafür Ähm So Ich baue das mal ganz kurz vor Ähm Genau So, die gehen schon fleißig an Und zwar funktioniert das so Das Ja, genau Das hier sind jeweils, wie gesagt, unsere Bits Und wird jetzt ein Bit aktiviert Wird Ähm Hier eine Reihe durchgeschliffen Die diese Dinger hier aktiviert Diese, ähm Ähm Tickverkürzerer Und Ich aktiviere diesen hier Dann wird hier ein 1 Tick kurzes Signal, äh, durchgeleitet Das ist hier leider 2 Ticks lang Ich wollte das eigentlich 1 Tick lang haben Aber, äh, das ging nicht, weil die Aufnahmestelle das so nicht, äh, hinbekommen hat Und genau nach einem vollen Repeater wird die nächste Zahl fortgeschickt, äh, geschickt Kommt jetzt keine Zahl, registriert das die Aufnahmestelle, äh, die shiftet einfach weiter, also, ähm, die geht einfach die Zeilen durch Und registriert dann, okay, keine Zahl, gehen wir zur nächsten, dann kommt die nächste Das sieht dann so aus Hier, ähm, ist unser Eingangssignal, das ist einfach, ähm, es geht hier lang Hier ist unser erster Bit, der wird, äh, sozusagen abgefeuert Und hier oben wählen wir ihn aus Das heißt, hier im Moment wird nichts übertragen Erst wenn ich den hier aktiviere, wird meinetwegen erst das, äh, der dritte Bit hier aktiviert Das dritte Bit Ähm, so, dann geht das hier durch den Tickverkürzerer und wird dann über diese Leitung hier, ähm, geschickt Hier ist dann noch eine kleine Sache Das ist nämlich der, ich sag mal so, vor, äh, ich weiß nicht, wie man das sagen Das Signal, was vor dem Hauptsignal kommt, also vor dem, äh, eigentlichen Signal Das ist auch zwei Ticks lang Das führt erstmal hier lang, sodass, äh, hier erstmal nichts ran kann an diese Signale Weil das hier sind die einzelnen Bits, die aufgenommen werden Und zwar ist dieses Bit hier das erste von hier, ähm, genau So, das Signal, äh, das Anfangssignal geht erstmal hier rein Und geht in eine Speicherzelle rein Im Moment, äh, nach drei Ticks geht das in eine Speicherzelle rein Das ist die hier Die schaltet erstmal diesen Weg hier frei Dass das Signal hier einmal durch kann Äh, des Weiteren wird aber noch diese Leitung hier unten aktiviert Und das hier ist dann eigentlich, äh, der Trick hinter dem, äh, Einsen- und Nullen-Verfahren Dass hier einfach, ähm, gesperrte Repeater sind Die werden genau in dem Zeitpunkt, äh, geöffnet, wenn hier dieses Signal anliegen soll Von der Eins, also von, meinetwegen, wir nennen das jetzt Eins, zwei, drei, vier, fünf Dann, äh, liegt genau zu dem Zeitpunkt das Signal 1 hier an Wenn es das nicht tut, dann wird das hier kurz geöffnet Und, äh, eine Null wird eingespeichert Also, es ändert sich nicht der Zustand Ähm, ist jetzt der zweite Bit aber aktiviert Kommt hier ein Bit durch Und, ähm, der wird aufgenommen Und verarbeitet Äh, beziehungsweise erstmal kurz gespeichert Ähm, das sieht hier folgendermaßen aus Man kann das eigentlich, äh, unendlich weit stacken Irgendwann macht es keinen Sinn mehr Weil man sicherlich keine Millionen, äh, in Minecraft in irgendeiner Weise speichern will Und sowieso eigentlich keine, äh, Computer zahlen Das ist ja eigentlich Schwachsinn Man kann das ja zum Beispiel für Befehle zum Beispiel nutzen Oder für Warriors Weil man kann ja hiermit ganz viel machen Man kann ja auch bestimmte Funktionen dadurch auslösen Wenn jetzt meinetwegen eine bestimmte Kombi hier ist Wenn man hier was Bestimmtes eingetragen hat Kann am Ende des Walkies meinetwegen eine Kanone abgefeuert werden Oder so ähnlich Oder ein Licht angeschaltet werden Über eine ewig lange Distanz mit nur einer einzigen Leitung Ja So, ähm, wo waren wir? Äh, das Signal kommt hier rein Dann wird das einmal sozusagen, äh, hier unten lang geleitet Mit der Fackel auf den gesperrten Repeater Dann geht das hier nochmal lang Und geht sozusagen aufs gleiche Signal Das ist einfach nur dafür da, dass das Signal hier nur ganz, ganz, ganz kurz ausgeht Und dann wieder an Damit der, ähm, damit der Repeater hier vorne nicht das Signal vom nächsten Bit übernimmt Das ist ganz wichtig Weil gerade wenn man hier Nullen zwischen hat Ist das richtig kacke, wenn dann, ähm, ja, ein paar Fehler zwischen sind Tatsächlich habe ich dafür, glaube ich, anderthalb Stunden gebraucht Um das einzumessen Das hat ewig gedauert Es sah auch vorher nochmal ein bisschen anders aus Aber, ähm, endlich hat es jetzt funktioniert Ich bin echt happy, dass es so geklappt hat Das Signal wird hier immer durchgeleitet Immer zum nächsten Bit Ähm, bis es dann hier hinten angelangt ist Das ist das letzte Bit Ähm, hier geht es in keinen Tickverkürzer rein Der Dafür sorgt, dass, ähm, Das ganze Teil wieder resetet wird Äh, das hier ist einfach nur die Apparatur, dass hier sich keine Clock bildet Ähm, denn diese Leitung hier ist gleichzeitig der Reset Denn, sobald hier kein Signal mehr anliegt Und diese Dinger hier aufgehen Wird eine Null eingespeichert So, in der Zwischenzeit, äh, das ist diese Leitung hier Wird kurz bevor das Resetet wird Einmal hier in den Speichertrakt, äh, geleitet, das Signal Weil hier unten nämlich die Bits rauskommen Ähm, so, und Hier hinten ist dann der Output von den Bits Äh, von den, von den Speicherzellen Das wird kurz aktiviert, das Speichersignal Und dann direkt wieder gelöscht Ähm, ich demonstriere das einfach mal Wir speichern jetzt mal einfach alles rein Das ist dann erstmal so das, äh, naheliegendste Beispiel Äh, ich drücke hier drauf Ich habe hier extra so ein bisschen Verzögerung reingemacht Weil das dann zu schnell geht Ähm, ich fliege jetzt da hin Dann seht ihr mal eine ganz kurze Zeitlupe Wie das so aussieht, was da so passiert So, ihr habt's gesehen Ähm, die Zahl ist hier direkt hinten eingespeichert worden Das sieht man an diesen Repeatern, die jetzt voll sind Das heißt, wir haben jetzt eine 4 eingespeichert Und hier ist auch eine 4 angekommen Das kann ich mal zeigen, indem ich Diese Leitung hier aktiviere Das ist die vom Zeigen, also vom Laden Der Speicherzellen Ähm, wenn wir das Ganze jetzt resetten wollen Geben wir einfach einen neuen Bit ein Entweder wir geben gar nichts ein Oder wir überschreiben den einfach Das wird automatisch überschrieben Wenn wir jetzt zum Beispiel eine 1, 0, 0, 0, 1 eingeben Dann passiert folgendermaßen Dann seht ihr das jetzt nochmal von oben So, ihr habt's gesehen Äh, jetzt ist hier auch eine 1, 0, 0, 0, 1 eingespeichert Ähm, ich hab's noch nicht getestet Wie lang man diese Strecke machen kann Weil mir ist aufgefallen Es war ganz oft so, dass Gerade bei diesem vorderen Repeater hier Deswegen haben die auch alle eine 2-Tick-Aufnahme Dass das Signal da ganz kurz gespeichert wird, sozusagen Ähm, war es ganz oft so Dass das Signal hier perfekt getimt war Aber der Repeater das Signal nicht aufgenommen hat Weil das einfach zu kurz war Weil vorher waren das hier 1-Ticks Also, ähm, die waren auf 1-Tick getrimmt Das heißt, es war nur ein 1-Tick-Signal Und ich weiß nicht, wie weit sich das trägt Und wenn einmal ein Server-Lag reinkommt Weil wir haben jetzt eine konstante TPS von 20 Das ist halt wichtig Weil gerade wenn ihr einen schwachen PC habt Kann's halt vorkommen, dass das, äh, wenn ihr das halt auf dem Home-Server laufen lasst oder so Kann's halt sehr oft vorkommen, dass, ähm, ja, im Endeffekt Signale nicht übertragen werden Ähm, genau Genau, das, soviel dazu Äh, ich fand das ganz cool, das mal so ein bisschen, äh, auszuprobieren Man kann das, ich werd das jetzt mal versuchen Ein bisschen in längeren Distanzen und so zu machen Wichtig ist wahrscheinlich, dass einfach alle Chunks geladen sind Dann noch eine ganz kleine Update-Info Und zwar hatte ich ja letztes Mal geschrieben, dass wir eventuell sowas machen Mit Invasion Mountain und so Ähm, ich übertreib's wahrscheinlich wieder Aber ich hab mal kurz einen Eingang gebaut Ich weiß, äh, mir wurde in den Kommentaren geschrieben, dass man's nicht zeigen soll Aber das ist jetzt erstmal so grob die Technik Und, äh, das hier sind einfach vier oder fünf Warte Eins, zwei, drei, vier Genau, vier, fünf mal fünf Tore Ne, stimmt gar nicht Vier mal vier Tore hintereinander Mit einer coolen Animation Äh, die kann ich mal grad zeigen Ähm, so Dann aktivieren wir das mal Ah, man hat's glaub ich nicht so gut gesehen Und zwar gehen die von hinten zu Und andersrum wieder auf Und diese Dinger hier dienen gleich als Lampe Total praktisch hier Ähm So, wir machen das nochmal zu Weil die, äh, Animation sieht eigentlich schon ganz geil aus So Ah, echt geil Äh, das ist einfach nur diese Apparatur Das kann ich eventuell mal vorstellen, wenn ihr das wollt Aber es ist ganz simpel Ähm, wir werden ja nicht Wir, wenn hier ein Fehler sein würde Fail Wir wären ja nicht, wie, wenn hier nicht überall ein Sensor drin wäre Ob man da drin ist Und natürlich wäre das auch Nicht Bei uns, ne Also sowas hier, das ist natürlich alles Äh, äh, nein, Spaß beiseite Also wir wollen hier so ein bisschen Überwachung machen Und zwar ist hier die Abnahme für den Einläringsalarm Das heißt, wenn das Tor zu ist Wird immer der, ähm Genau, wenn das Tor zu ist Wird erstmal für jedes einzelne Tor Hier unten ein Signal abgegeben Nach hier unten Und zwar ist das Diese Linie Wenn eine Tür offen ist Dann ist das hier die erste Tür Die da Die zweite Die dritte Die vierte Ähm, beziehungsweise wenn Tür zu ist Glaube ich Moment Ich glaube, wenn die Tür zu ist Ja Also es ist natürlich immer ein bisschen mit Signalverzögerung Ähm Ja, ihr seht, das geht wirklich nacheinander auf Das heißt, es greift wirklich ab, ob die Tür wirklich zu ist Ähm, das ist einfach der Einläringsalarm Das heißt, wenn jetzt jemand über diesen Sensor geht Wird, äh, hier ein Signal abgegeben Das wird dann irgendwo dann in der Kommandozentrale Wo ich da so ein bisschen Ein Anfang gebaut habe, äh, aufgefangen Dann Habe ich noch was Cooles gebaut Und zwar Erstmal ganz simpel Also wirklich Ähm, ich weiß gar nicht, wie wir das Ja, das hier war jetzt gerade der Einläringsalarm dafür Egal Ähm, ich weiß gar nicht, ob wir das jetzt so lassen Das ist ein Mini-Code-Schloss Ähm Und So eine Falt Das heißt, wenn man sich hier draufsteht Und diese Dinger hier aktiviert Dann passiert nichts So Dann Ich lege es runter Und auch wieder mit so einer Animation Ähm Wenn ich das von oben einmal zeige Das sieht eigentlich echt geil aus Das sind so ganz viele Shots übereinander Dann Ja Gehen die auch wieder andersrum zu Ihr seht das, dass die Äh Anderen Also, dass die unteren zuerst Äh, aufgehen Äh, zugehen Genau, die Äh, da ist einfach nochmal das gleiche verbaut Das ist Hier diese Apparatur Genau Und dann, äh Kleine Kommandozentrale So ein Anfang davon Ähm Ich habe überlegt Das soll jetzt so ein bisschen Weniger Design Aber dafür mehr Ja Ich sag mal Mehr Funktionen auf kleinstem Raum Wir haben hier Alleine in diesem Modul Haben wir Wie viele? Tatsächlich? Tatsächlich 16 Funktionen Also hier haben wir 8 Jeweils 8 pro Pro Reihe hier Das sind nämlich einmal die hier Die hier Die hier Und dann nochmal die Ähm Beschriften ist natürlich hier ein bisschen schwierig Aber ich denke mal Damit muss man sich einfach auskönnen Mit diesem System Und dann Kommt man da schon hinter Und kleine Schilder kann man hier ja hinschreiben Ich meine hier ist ja Platz Zu Not macht man das hier weg Dann ist da auch Platz Licht ist natürlich direkt mit eingebunden hier Und äh Wenn Stromausfall ist Ne Ist halt dauerhaft an Weil Hier sind äh Fackeln drin Genau So weit so gut Also äh Ich wollte jetzt auch nicht so Unglaublich den Einblick geben Eigentlich wollte ich das nicht Ach ja Genau Und hier kann man nochmal ferngesteuert Das Tor natürlich öffnen und schließen Äh Eine Funktion die übelst Aufwendig ist Also ich meine Eine Leitung zu legen ist schon echt äh Ziemlich krass Ja Jetzt möchte ich das aber nochmal machen So Jetzt gehen die zu Dann seht ihr ungefähr wie lange das Tor hat Da gehen sie wieder auf Genau Beziehungsweise andersrum Dann gehen sie wieder zu Äh Das war es auch wieder von diesem Video Ganz klein Und äh Ich wollte das einfach nochmal mal zeigen Mit hier mit diesem Moze System Oder mit dem Äh Im Endeffekt 5 Bits über eine einzige Leitung Ähm Wie gesagt Das kann man auch ausbauen Das kann man auch nach hinten noch ausbauen Hier noch was cooles zubauen Ja Und dann hoffe ich Euch hat das Video gefallen Und wir sagen Ciao Bis in einem anderen Video Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal.